Ich habe mich selbst darum gebeten, mitkommen zu dürfen. Hast du mich verstanden? Ich verstehe. Erst bringt ihr die heimischen Halsabschneider um und dann stürzt ihr euch auf uns? Werdet ihr auch Alte und Kinder töten? Oder habt ihr schon genug Blut getrunken? Geht und verschwindet für immer. Gott mag euch für eure Sünden bestrafen. Aber meine Aufgabe ist es, meine Herde zu hüten. Vielen Dank.